Fett ab! Fett ab! FLUPPY HARDCORE Was? Nur für euch komm ich jetzt hinterher! Oh ich hab'n Flugzeug abgeschossen! Geil! Ich hab'n Flugzeug abgeschossen! Richtig geil! Hallo liebe Supersuchtis! Hier ist der Fluppi und heute ist es mal wieder ganz klar, wie das Info schon sagt, Fluppi Hardcore! Ja, fett beinah! Ich hätt' beinah'n Flugzeug gekriegt! Und wenn ihr denkt, warum ist es denn diesmal Hardcore? Scheiße! Das Game ist gar nicht Hardcore! Fuck! Hahaha! Hahaha! Aber... Hahaha! 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 Aber trotzdem bleiben wir hier drinnen auf Firestorm! Denn an diesem Gameplay ist schon Hardcore genug, dass ich eine Seelenentzündung habe im linken Arm und das behindert mich praktisch automatisch! Also ich bin jetzt praktisch 60% nicht weniger leben, sondern äh, äh, Fähigkeiten hier! Ja, so ist das, wenn man bei der Sache im fliegenden Wechsel macht! Oh, was ist hier los? Mit dabei übrigens der Biskaya, der ist ja bekannt für seine absolut... ...positiven KD-Gameplays auf YouTube und ähm... Ich hab grad ehrlichen Panzer kaputt gekriegt! Ah! Das gibt's doch nicht! Das kann doch nicht sein! Take your ass! Weg, Blubby! Das liegt an meiner fucking Entzündung! Ich kann jetzt alles darauf... Ja, natürlich! Ja, natürlich! Das ist so gut, ey! Ich mach C4 ran! Wenn das checkt, steigt er aus und ich geh rein und erschieß ihn! Wie, das war ein billiger Trick oder was? Hä? Ja! Äh, warum... Warum... ...lieg ich jetzt hier aufm Rücken mit dem Helikopter? Halt, nehm ich's mit! Ich bin behindert! Oh Gott! Ah, er hat mich nicht mitgenommen! Ey, du darfst jetzt auf dem Behindertenparkplatz! Mein Gott, ich bin hier raus! Bist du grad vor mir gekillt? Du liegst doch hier auf der Straße! Ich roll jetzt über dich rüber! Oh... 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 Wo bist du? Ein Panzer... Ich bin gleich im Jenseits! Falls das interessiert... Ah! Nicht ehrlich! Mein Sportcamp da, wo nicht mal Feinde sind! Geil! Ich hab ne Flagge erobacht! Das ist unglaublich! Oh, ich mach hier voll Parcours über die... Über die... Was auch immer das ist! Über die... Was ist denn das? Oh! Es explodiert! Auf jeden Fall! Hab ich auch C4! Natürlich hast du das, ja! C4 bekommst du, indem du Alt F4 drückst! Ja! Ja! Oh, okay! Unglaublich! Ich kann es noch... Ah, du Sackgesicht! Hab ich schon erwähnt, dass ich... Eine... Sehnenentzündung hab und... Dass du praktisch... Gehasst wirst, wenn du Behinderte umbringst! Das gehört sich einfach nicht... Weißt du, in Georgia! Ja, in Georgia wird gerade... Genau deswegen diskutiert! Die wollen nämlich auch einen Behinderten exekutieren! Auch wenn ich daneben schieße! Wenn ich... Ne! Oh! Oh, ernsthaft! Der Server regt mich auf! Ey, das ist unfassbar! Ich steig jetzt aus und mach es jetzt per Hand! Was machst du per Hand? Machst du dich über Fluppy lustig, oder? Ja, ja! Echt mal, Alter! Das ist voll uncool! Oh, das war ein Verbündeter! Oh! Oh nein! Ganz uncool, Fraps! Ganz uncool gerade! Ganz uncool! Ganz uncool! Och ne! Jetzt ist er auch noch weg! Ihr seid solche... Boah! Das war voll gerade der Slow-Motion-James-Bond-Ding, Alter! Krasse Scheiße, Leute! Oh! Wow! Ne Fluppy gibt es nicht mehr! Hab ich schon erwähnt, dass ich ne Sehnenentzündung hab! Ich möchte bitte hier Mitleids-Daumen haben! Ja? Mitleids-Daumen! Hallo! Fluppy, ich bring dich... Oh, ich hab jetzt keine Munition mehr, aber sonst will ich dich umbringen! Ich muss eben weg! Wow! Yes! Weiter geht's! Hilfe! Wer ist denn das im Flugzeug? Wieso will ich sterben? Komm schon! Das bin ich! Komm schon, Fluppy! Alter, weh! Du schießt mich ab, Mann! Oh! Ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist! Ah! Haha! Nein, Fraps! Nein! Wehe! Oh mein Gott! Ich krieg... Kill! Ich riech jetzt schon! Ne, ich geh und... Das war's! Ernsthaft! Ja! Fluppy bei Taliban! Gut, meine Liebesübersuchties, das soll's auch schon gewesen sein mit Fluppy Seelen Hardcore! Und jetzt haben wir jetzt in den nächsten zwei Sekunden noch die beiden Gäste Zeit, sich zu verabschieden! Und das war's auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Ja, ich hab's noch geschafft! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!